hallo ihr hübschen menschen heute wird es wieder wild in den news versprochen deshalb würde ich sagen gar nicht lang schnacken direkt rein und gleich beim ersten thema sind wir besonders relevant weil bald dürfen wir ja alle wieder alles steigende zahlen bei den infektionen und bei dieser pandemie über die plötzlich keiner mehr spricht weil wir uns bei unserer presse unsere mediengestaltung und unsere aufmerksamkeit ja offensichtlich immer nur auf eine krise auf der welt gleichzeitig konzentrieren können wir noch als klima an thema schutz war wie man schutz ein thema war was soll's bald können wir alle wieder fröhlich daten das ist super oder kian ich kann es kaum abwarten unser erstes thema dreht sich deshalb passend um die dating app schlechthin tinder in den usa startet nämlich jetzt ein neues feature bei tinder das lässt nämlich die fröhlichen tinderer und tinderinnen in zukunft checken ob ihr tinder match vorbestraft ist und das bringt es mal auf den punkt freunde ist wieder so ein klassischer fall von das gegenteil von gut ist nicht unbedingt schlecht das gegenteil von gut ist gut gemeint in diesem fall denn so gut gemeint dieses ich kann jetzt mein match auf vorstrafen checken feature sein mag so katastrophal kann es sich auswirken experten zum beispiel sind sich ziemlich sicher dass es a relativ sinnlos ist und b warnen sie nicht nur aus datenschutzgründen davor sondern weil es unsere von schubladen geprägte gesellschaft mal wieder in eine richtung drücken könnte gerade in den usa noch viel größeres problem als zurzeit hier in europa klar könnte man beispielsweise so auch eine vorstrafe beim thema sexuelle gewalt überprüfen aber schützt denn das wirklich nun nicht unbedingt denn weniger als ein drittel aller sexualstraftaten werden immer noch zur anzeige gebracht und die verurteilung von diesem einen drittel was zur anzeige gebracht wird ja die verurteilungsrate ist noch viel geringer ja und deshalb vermittelt dieses tool ein völlig falsches gefühl von sicherheit auf der anderen seite wiederum könnte es dafür sorgen dass die diskriminierungsrate weiter steigt people of color beispielsweise werden bekanntermaßen in den usa einfach nicht nur öfter sondern im statistischen vergleich völlig überproportional polizeilich verfolgt und schon wegen kleinster verfehlungen dann auch verurteilt übersetzt heißt das nichts anderes als dass dieses tinder feature die ohnehin schon völlig verzerrte realität dieser urteile einfach vollkommen ignoriert und datenschutz technisch haben wir da auch noch mal eine völlig andere ebene diese informationen werden nämlich zukünftig einer breiten öffentlichkeit zugänglich gemacht ohne dass man selbst als user dem überhaupt zugestimmt hat aufgrund der gesetzeslage und der datenlage in den usa ist das da relativ problemlos möglich und wisst ihr was noch geiler ist ja als user hat man im prinzip keinerlei möglichkeit eine korrektur vornehmen zu lassen wenn es dazu fehlinformationen kommt und auch aus strafrechtlicher sicht ist es absolut bedenklich experten waren davor dass es eben letztendlich einfach falsch ist von einer verurteilung in der vergangenheit darauf zu schließen dass menschen auch in zukunft wieder naja verbrechen begehen egal welche schwere oder welche art diese jetzt sind vergangene verbrechen sind kein indikator für eine person auch in der zukunft verbrecherische oder gesetzliche verfehlungen zu begehen das ist nichts anderes als fucking minority report und das ist unheimlich das sollte man nicht jedem sollte man nicht jedem typen und jeder frau auf tinder überlassen damit hat man nämlich wenn man zum beispiel seine strafe gezahlt oder abgesessen hat in zukunft so einen fetten stempel auf der stirn der es einem quasi unmöglich macht sich wieder zurück in die gesellschaft zu fügen sich zu resozialisieren was ja eigentlich der sinn ja eigentlich der sinn von gefängnissen zum beispiel ist übrigens der jetzt kommt auch ganz übler typ wer sperrt mich denn hier im keller ein welche völlig bizarren ausmaße online dating annehmen kann das zeigt uns nämlich wirklich auf schockierendste art und weise dass kein background check dieser welt dich schützen kann wenn du ja wie sagt man das möglichst politisch korrekt was an wen sollte man am besten nicht geraten eine verrückte bitch ich glaube das war nicht politisch korrekt aber ihr versteht gleich was gemeint war setzt euch hin schnallt euch an denn die motive für die nun folgende gewalttat sind sind völlig absurd in nevada hat sich eine 21 jährige mit einem mann den sie kurz vorher über eine us-dating plattform kennengelernt hat zu einem sex date in einem hotel verabredet so far so gut während die beiden dann miteinander sex hatten hat sie ihm die augen verbunden so weit so gut genau diesen umstand allerdings hat die 21 jährige dann ausgenutzt um dem mann mit einem messer zweimal in den hals zu stechen an dieser stelle möchte ich direkt voraus nehmen dass der mann tatsächlich überlebt hat und immer noch behandelt aber stellen wir uns die frage welches motiv hatte sie rache etwa ja aber nicht an diesem mann und auch so völlig absurd sie wollte nämlich quasi beispielhaft rache nehmen für die ungerechtigkeit auf der welt in erster linie wohl für einen us drohnen angriff auf einen iranischen offizier der wurde nämlich anfang 2020 getötet seit 2019 stand dieser iranische offizier übrigens nebenbei bemerkt auf einer liste international gesuchter terroristen der eu welche verbindung ist also zwischen dem abgestochenen mann und dem iranischen offizier gibt fragt ihr nun gute frage laut aktuellem stand der ermittlung nämlich absolut gar keinen die motivation wiederum für ihre tat hat die junge frau laut eigenen angaben daher erhalten dass sie den song grave digger gehört hat sie sitzt jetzt in untersuchungshaft wegen versuchte mord und das ist wenn ihr mich fragt auch besser so dass viele amerikaner nicht so firmen mit dem sagen wir mal dem konzept der mathematik sind das hat man erst vor kurzer zeit beobachten können da geisterte nämlich mal wieder ein meme durchs internet das amis zu blöd sind zwischen einem drittel und einem viertel zu unterscheiden ihr kennt sicherlich alle den quarter pounder also den viertelfünder den burger ist halt ein viertelfund fleisch drauf ein konkurrenzunternehmen dieser burgerkette die den viertelfünder verkauft brachte daraufhin den drittelfünder raus also mehr fleisch ein drittelfund die amis dachten sich allerdings eine vier ist ja mehr als eine drei und auch als sie gefragt wurden waren alle der meinung der viertelfünder wäre mehr fleisch als der drittelfünder jemand so einer bevölkerung also das prinzip inflation erklärt das weiß ich auch nicht dass der erweiterte bildungszug aber schon du da ist der aber der wird da aber von der deutschen bahn wird der da aber gestellt und der kam nie an die firma doritos hat sich also gedacht wir müssen aber trotzdem irgendwie mit der inflation umgehen und wir können nicht einfach die preise erhöhen das gibt einen riesen shitstorm was hat man also bei doritos gemacht richtig man packt ab jetzt genau fünf chips weniger in eine tüte das ist ein ganz praktisches beispiel um damit eben umzugehen das ist eine indirekte preiserhöhung die tüte bleibt gleich teuer ist gleich groß ist aber weniger drin um eben die inflation zu kontern pro packung entspricht das übrigens umgerechnet ungefähr 20 cent was bei roundabout im jahr 200 millionen verkauften packungen in dem fall ungefähr knapp 40 millionen dollar entspricht ob die amis das thema inflation so verstehen weiß ich nicht auf jeden fall hat man ihnen eine möglichkeit gegeben sich weniger darüber aufzuregen moment das ist voll nicht gut ach ja das internet ist für die meisten einfach immer noch neuland das mussten sich jetzt auch wieder die deutschen medienanstalten eingestehen den medienanstalten der bundesländer ist nämlich aufgefallen dass sie mal wieder ein ticken zu kurz gedacht haben um genau zu sein sprechen die jetzt von einem trick ihr werdet auch gleich lachen eine ursprünglich von den medienanstalten der bundesländer in deutschland gesperrte nennen wir es ähm ähm erotik filmchen plattform ihr wisst schon wo es so videos zur hand entspannung gibt online will es nicht sagen ich habe die hoffnung dass das video monetarisiert wird okay die gibt es jetzt wieder denn das schnuffeltuchige online portal hat die netz sperre der deutschen medienaufsicht jetzt mit einem wahnsinns trick umgangen was echt peinlich ist weil die medienanstalten haben sich für diesen schritt echt krass abgefeiert besagter spezialanbieter für entspannungsvideos hat jetzt allerdings einfach nur die domain endung von punkt de auf punkt eu geändert und ist damit absolut ohne probleme und unzensiert wieder online dass man nämlich so eine endung ändern kann hat man bei der sperre nicht bedacht etwa bei dieser sperrverfügung einfach nicht vorgesehen damit konnte ja keiner rechnen besonders kritisch ist das übrigens nicht weil es so eine plattform mit solchen videos ist nein das problem ist dass auf dieser plattform ganz speziell wahnsinnig viele privat gefilmte rache videos hochgeladen werden ohne das einverständnis beider partner aber die pressesprecherin der medienanstalten hat schon reagiert und hat gesagt auch dagegen werden wir vorgehen da sind wir außerordentlich penetrant gut dass sie da penetrant sind oder zäh das mag sein aber sie sind auch ficken langsam wieso sag ich das so ich persönlich für meinen fall habe leider seit vielen vielen jahren seit mittlerweile 19 jahren eine richtig hässliche on off beziehung mit zigaretten ich habe viele jahre geraucht dann habe ich viele jahre nicht geraucht dann habe ich im ersten lockdown wieder angefangen zu rauchen was sau dumm war und jetzt nach meiner corona erkrankung bin ich wieder raus bin ich wieder durch mit dem thema zum glück manchmal wünschte ich das einfach jemand das schwieriger machen würde an glimmstängel ranzukommen so wie in dänemark jetzt zum beispiel der plan ist knapp ein drittel aller jungen dänen und dänen rauchen das klingt verdammt viel ist es auch knapp 13.500 menschen sterben in dänemark jährlich daran das klingt wiederum auch erstmal viel ist es auch erst recht dänemark hat gerade mal sechs millionen einwohner und genau deshalb hat die dänische regierung jetzt tatsächlich entschieden für alle dänen und dänen für alle dänen und dänen die nach 2010 geboren sind wird der kauf von tabakwaren jetzt einfach schrittweise schwieriger denn bringen wir es auf den punkt der verkauf von tabakwaren an diese person wird jetzt einfach schrittweise verboten das ist laut übereinstimmenden dänischen medienberichten ein großer schritt einer dänischen gesundheitsreform das verbot soll nicht nur zigaretten treffen sondern auch sogenannten oral tabak denn wem wem so james dean mäßig irgendwo lehnen mit einer fluppe im maul einfach ein ticken zu cool ist der zieht sich den warum auch immer in dänemark so wahnsinnig beliebten oral tabak reihen das sind so wie wie so wattepads oder wie so teebeutelchen die man sich unter die oberlippe schiebt what the fuck was haben die vor wollen die malen brando irgendwie machen und für den parken vorsprechen übrigens mit einem ähnlichen tabakverbot steht dänemark gar nicht alleine da auch neuseeland zum beispiel will ab 2025 sämtliche glimmstängel quasi per gesetz endgültig ausdrücken da soll der verkauf dann auch verboten sein das heißt es sind schon menschen geboren worden die laut gesetzeslage zumindest nie in ihrem leben zigaretten kaufen können werden wow das macht so vieles so viel einfacher nicht anfangen zum beispiel fangt nie an zu rauchen das ist saudumm es ist wirklich es saudumm also warst du auch saudumm dich hat keiner gefragt also warst du es außerdem hast du dir mal angeguckt in welchen serien du mitspielst kilian du rauchst ständig das ist mein job sind übrigens fegzigaretten freunde das war es von mir an dieser stelle ich wünsche euch noch einen traumhaften tag hatte die ohren steif high five bleibt mir fit und gesund freunde macht es nicht gut macht es besser und bis zum nächsten mal wenn ihr jetzt noch irgendwas machen wollt und ihr habt noch keine richtig gute idee kein problem schaut ein weiteres video oder checkt die video beschreibung dort findet ihr unseren zweitkanal da kommt jeden tag content oder ihr schaut mal auf unserem stream bei twitch vorbei auch fast jeden tag online oder und das ist mein tipp an euch zieht euch den sprechstunde podcast von uns rein der ist super kann man wirklich mal sagen eine letzte folge war thematisch ein bisschen schwierig gebe ich zu ja 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 ganz dünnes eis